du spürst ganz klar dass sich etwas von einer sekunde zu andere sehr verändert hat oder du bist so wach geworden schon dass du sozusagen irgendwie neben der spur bist du kannst dich aber nicht erinnern was diese veränderung bewirkt hatte du bist dir einfach nicht sicher ob dein alte trauma getriggert wurde in diesem video erfährst du fünf ganz sichere signale dafür dass du gerade in einem getriggertem zustand bist ich bin gabriela psychologische beraterin und körperpsychotherapeutin selbst überlebende und ich freue mich jetzt auf dich und zum schluss auch auf deine fragen in diesem video geht es um trigger dementsprechend möchte ich jetzt gleich hier am anfang eine trigger warnung aussprechen und dich dazu einladen dass du auf dich achtest und nur so weit das video anhörst bis es dir auch gut tut ein trigger ist quasi ein anker in unserer gedächtnis struktur zu dem jeweiligen geschehen so ein geschehen muss nicht zwangsläufig negativ besetzt sein denken wir nur an urlaubssouvenire oder an eintrittskarten zum konzert mit unserem lieblingsband diese anker sind teil der neuronalen netze in unserem gehirn und können durch bestimmte reize aktiviert werden wenn aber unser trauma getriggert wird bedeutet dies dass diese neuronalen netze aktiviert werden und alte erinnerungen emotionen und körperempfindungen wieder hochkommen im gehirn findet während eines triggers eine komplexe reaktion statt das limbische system das für unsere emotionen zuständig ist wird aktiviert und setzt stresshormone frei dies führt zu einer erhöhten aktivierung des sympathikus dem teil unseres autonomen nervensystems der uns in den kampf oder fluchtmodus versetzt was triggert unser trauma und warum du kennst ja bereits ein anderes video von mir wo ich auf die trigger liste eingehe und ob das eine heilung ist oder ist das eher eine auseinandersetzung und eine exposition deines traumas unser trauma kann durch verschiedene auslöse aktiviert werden diese können sowohl äußere reize als auch innere zustände sein äußere reize sind beispielsweise bestimmte geräusche gerüche situationen oder orte sein die mit dem traumatischen ereignis in verbindung stehen häufig ist es nicht bewusst innere zustände können zum beispiel starke emotionen wie angst sogar freude wut oder hilflosigkeit sein die uns an vergangene traumatische erfahrungen erinnern warum bestimmte reize oder zustände unser trauma triggern liegt an der art und weise wie unser gehirn während des traumatischen ereignisses informationen verarbeitet hat bei einem trauma werden die erinnerungen an das ereignis nicht in das langzeitgedächtnis eingeordnet sondern bleiben im sogenannten limbischen system dem emotionalen zentrum des gehirns gespeichert veränderungen von emotionen körper und gedanken ja was passiert eigentlich wenn unser trauma getriggert wird wenn ein trigger auftritt können sich unsere emotionen zum einen intensivieren wir können plötzlich von einem moment der ruhe und sicherheit in einen zustand der angst wut oder traurigkeit versetzt werden diese emotionen können überwältigend sein und uns das gefühl geben die kontrolle zu verlieren emotionale reaktionen wie ekel neid oder dass wir weinen müssen können aus dem nichts auftreten unser körper kann ebenfalls auf den trigger reagieren wir können körperliche symptome wie herzklopfen schweißausbrüche atemnot oder magendarmbeschwerden verspüren diese körperlichen reaktionen sind teil der sogenannten fight of light reaktion also kämpfen oder flüchten die uns in gefahrensituationen schützen soll bei entwicklungstrauma kann es nicht selten die unmittelbare erstarrung auslösen wo wir unfähig sind uns zu bewegen sogar das atmen gelingt uns kaum auch unsere gedanken können sich verändern wenn unser trauma getriggert wird wir können uns plötzlich in gedanken schleifen rumination ist ja hier das schlagwort verfangen uns in die vergangenheit zurückversetzt fühlen oder negative überzeugungen über uns wie ich bin schlecht werden wieder erweckt wir können uns selbst kritisieren mit unseren gedanken oder uns schuldig fühlen durch diese negativen gedanken sie können sich aber auch in eine negative abwärts spirale begeben und uns in eine pessimistische denkweise führen hierbei ist schlagwort innerer kritiker oftmals fühlen wir uns durch diese gedanken hilflos oder wertlos und können die gegenwärtige realität nur mehr verzerrt wahrnehmen und nicht selten starten wir mit dem aufschieberitis um die traumareaktivierung zu verschleiern meistens all das unbewusst in einem vollkommenen autopilot und jetzt schauen wir uns die zentrale des geschehens an welche neurologischen prozesse finden während einer traumareaktiven phase denn statt während einer traumareaktiven phase finden im gehirn verschiedene neurologische prozesse statt die dazu führen dass sich emotionen körper und gedanken verändern das gehirn von menschen mit traum erfahrungen reagiert auf bestimmte auslöse häufig über aktiv und hypersensibel diese trigger können äußere reize wie geräusche gerüche und visuelle reize sein aber auch innere zustände wie stress oder angst wie bereits am anfang beschrieben eine wichtige region im gehirn die bei einer traumareaktiven phase eine entscheidende rolle spielt ist der amygdala also der mandelkern die amygdala ist für die verarbeitung von emotionen zuständig und reagiert besonders sensibel auf bedrohungssignale bei traumatisierten menschen ist der amygdala oft über aktiv und sendet signale an den präfortalen kortex dafür die regulation von emotionen und gedanken zuständig ist während einer traumareaktiven phase also kann es zu einer über aktivierung des sympathischen nerven system kommen also es wird gas gegeben was zu erhöhter herzfrequenz vermehrten schwitzen und verstärkte atmung führen kann meine phase kann auch zu veränderungen in unserer wahrnehmung führen betroffene können sich entweder in einem zustand der hippe wie geland also über erregung befinden bei dem sie äußerst aufmerksam und wachsam sind und jede mögliche bedrohung wahrnehmen oder in einem zustand der dissoziation bei dem sie sich von sich selbst und ihre umwelt entfremdet fühlen und hippo wie geland ist ein weiterer möglicher zustand bei dem betroffene eine verminderter wachsamkeit und aufmerksamkeit haben vielleicht hast du ja diesen zustand auch schon bereits erfahren dieser zustand fühlt sich an wie eine vollbremse auf die lebensfähigkeit und vagale tonus ist hierbei kaum mehr messbar es ist sicherlich interessant für dich zu wissen dass um eine traumatische erfahrung zu reaktivieren braucht es weder identifizierbare auslöse impulse noch traumaspezifische trigger es reichen sich verändernde lebensumstände beendigung des erwerbs lebens oder verlust des arbeitsplatzes oder eines geliebten menschen oder die eigene scheidung oder ganz andere unsicherheiten im leben neue traumata aber auch berufliche und persönliche schwierigkeiten oder tiefgreifende veränderungen oder krisen die gefühle von hilflosigkeit kontrollverlust und angst auslösen können zu einem wieder auflammern eine traumafolgesymptomatik führen mit der frage ob auch bei sehr lange zurückliegenden traumata reaktivierungen möglich sind oder sie eher vergessen bzw gelöscht werden haben sich verschiedene studien zum thema traumareaktivierung im alter beschäftigt diese zeigen eindrücklich dass eine traumareaktivierung noch viele jahrzehnte nach dem ursprungstrauma auftreten kann bei häuft kann man darüber mehr nachlesen und auch bei langer symptomfreiheit kann man nicht von einer löschung ausgehen fünf klare zeichen dass dein trauma getriggert worden ist du kennst sicherlich schon einige der trigger symptomatik also wenn dein trauma auf land was du an symptome hast aber ich möchte hier heute auf fünf zeichen eingehen die zum teil miteinander vermischt oder verwechselt werden beziehungsweise die zusammenhänge unter diesen symptomen nicht so klar sind das erste zeichen körperliche reaktionen typische körperliche reaktionen die bei einem trigger auftreten können sind herzklopfen atemnot oder zittern ein erhöhter puls schwindelgefühle oder magendarmbeschwerden wackelige knien oder ohrrauschen wahrscheinlich kennst du sie ja schon als zweites zeichen möchte ich die flashbacks und intrusionen hier erwähnen denn diese werden nicht selten verwechselt beide unterscheiden sich von normalen erinnerungen flashbacks werden nach icd elf folgen beschrieben das sind erinnerungsattacken die durch ihre plötzlichkeit lebendigkeit und große intensität gekennzeichnet sind was hier wichtig ist die betroffenen fühlen sich in die damalige situation zurückversetzt und die unterscheidung zwischen dort und damals und hier und jetzt gelingt oft nicht mehr oder nur noch reduziert sogenannte posttraumatische verkennungen von menschen und orten sind hierbei möglich ein beispiel schreibt icdf wenn ein aktueller partner eine traumatische erinnerung an einen früheren täter antriggert worauf eine betroffene von traumatischen erinnerungen so stark überflutet wird dass sie den aktuellen partner als früheren täter verkennt und schreiend weg rennt um sich zu verstecken ein zweites phänomen ist intrusion das sind gewisse wieder erleben und ungewollt wiederkehrende und belastende erinnerungen oder erinnerungs bruchstücke auch diese können spontan auftreten beziehungsweise werden durch trigger hervorgerufen erinnerungen werden als sich aufdrängend erlebt und entziehen sich weitgehend der willentlichen kontrolle also zum beispiel ich will nicht daran denken funktioniert hierbei überhaupt nicht die zeitliche und situative orientierung bleibt während intrusionen aber vorhanden das heißt dass die unterscheidung zwischen dort und damals und hier und jetzt gelingt noch anders als wie vorhin beschrieben bei den flashbacks intrusionen zudem können alle sinneskanäle betreffen zum beispiel nach einem autounfall visuell könnte sein bilder von dem aufprall selbst akustisch könnte sein verschiedene fragmente vom knall des aufpralls olflaktorisch könnten zum beispiel fragmente vom benzingeruch und angst vor einer explosion abgespeichert sein gustatorisch könnten körper erinnerungen von brechreiz durch benzin und ölgeruch in verbindung mit panik abgespeichert gewesen sein und sensorisch möglichkeiten wie körperliche erinnerungen vom aufprall mit der körper intrusion des noch im auto feststeckens sein intrusionen können auf allen sinneskanälen auch isoliert auftreten das ist eine weitere unterscheidung zu flashbacks das heißt ohne visuelle begleitinformationen zum beispiel wiederholt den eindruck haben benzin zu riechen mit anschließender panikreaktion ohne visuelle intrusion vom auto umfall dementsprechend könnte sein dass ich heute zum tanken fahr und an der tankstelle ich ein panikattacke erleide als drittes sichere zeichen möchte ich dir schlafstörungen bzw albträume oder insomnia ist auch ein begriff beschreiben denn das hat auch mit intrusion zu tun extrem belastende unkontrollierbare gedächtnis inhalte die den betroffenen häufig in form von albträumen heimsuchen holen den schrecken in die gegenwart auch wenn das ursprüngliche auslösende moment der vergangenheit angehört selbst wenn der betroffene diesen umstand erkennt kann er das intrusive geschehen nicht kognitiv steuern denn erklärungen allein reichen hier nicht aus albträume können das traumatische geschehen wieder aufleben lassen oder nur die die mit diesem einhergehenden gefühle und empfindungen widerspiegeln beispielsweise träume vom fallen von verfolgung leid das angehörigen geschieht icdf schildert während dieser albträume kann auch ein erwachen häufig im moment der kernbelastung der traumatischen erfahrung passieren diese sind verbunden mit einer physiologischen reaktion entweder panik mit schwitzen herz rasen und flucht impuls oder vor allem nach schweren und wiederkehrende traumatisierungen wie zum beispiel kriegserfahrung oder eben das entwicklungstrauma kann zu einem dissoziativen erstarren kommen sowohl albträume als auch insomnia also schlaflosigkeit sind fast immer die folge von unregulierten nervensystem beziehungsweise von erhöhter stressreaktion denn die schlafqualität wird durch erhöhte stress praktisch immer verschlechtert und warum wenn wir stresshormone in übermaß und dauerhaft ausschütten manifestiert sich die übererregung nachts in einem schlafproblem auch vermehrte ängstlichkeit oder reizbarkeit sind klare zeichen schreckhaftigkeit wie zusammenzucken und sich erschrecken durch geräusche sind der anfang zu angststörung und zu panik als viertes zeichen möchte ich emotionale ausbrüche und stimmungsschwankungen erwähnen plötzlich fühlen wir uns überwältigt von gefühlen wie angst wut traurigkeit neid eifersucht oder rage oder verzweiflung diese emotionen können so intensiv sein dass wir das gefühl haben die kontrolle und den verstand völlig zu verlieren sei achtsam mit dir und reflektiere deine reaktionen in zwischenmenschlichen beziehungen wenn du dich übermäßig misstrauisch eifersüchtig oder aggressiv verhalts könnte das ein hinweis darauf sein dass dein trauma gerade wieder getriggert wurde und als letztes zeichen möchte ich von vermeidungs verhalten drei phänomene nennen verhaltensweisen die betroffene oft zeigen können um unangenehme gefühle oder erinnerungen zu vermeiden sind neben dem klassiker also wenn du anfängst bestimmte orte situationen oder menschen zu vermeiden die dich an das trauma erinnern auch rückzug ablenkung und kontrolle sucht vielleicht kannst du von diesen drei verhalten auch das eine oder andere ein völliges ausschließen dass wir nicht mehr getriggert werden ist nicht möglich aber was möglich ist ist dass du um dein nervensystem kümmerst und du dich stets innerhalb deines toleranz fensters also window of tolerance bewegst ich bin mir sicher dass du diese fünf zeichen womöglich immer wieder schon mal erlebt hat ist und jetzt kannst du diese auch genau und richtig zuordnen stell mir gerne fragen erzähl mir deine erfahrungen und erlebnisse und ich freue mich darauf alles liebe gabriela